Hallo Leute, Pedro wieder hier und heute spiele ich wieder Call of Duty Advanced Topper, aber nur Online Zombies. Hier könnt ihr es sehen. Und ich habe nicht, also ich habe eine PS3 und ich habe noch nicht den DLC. Das heißt, ich habe den DLC am 4. September meine ich, weil es kommt, es ist schon rausgekommen für Xbox 360 und Xbox One. Und das ist das 4. August herausgekommen. Und ja, auf dem PC und Playstation 3 und 4 kommt es einen Monat mehr spät. Hier kommt es sehen. Ich lese dieses Ding mal. Okay. Ich werde auf die, das dritte Map, das heißt das dritte DLC spielen, oder jaja, das dritte DLC spielen, das heißt von Zombies. Und ich spiele einmal und sehe, wie lange das Video dauert. Hier ist das. Ich finde diese Map ist wirklich cool. Aber die andere, die umarmiert das DLC 4, was mit dem neue, neue, neues und letztes Sumi-Map kommt, ist wirklich cool. Ich finde das wirklich, wirklich cool. Weil, es hat eine neue Waffe, das Trident, meine ich. Und die ist wirklich ganz gut. Und ich warte bis jetzt ein anderer Spieler kommt. Hier ist nur ein Kollege von mir online, das heißt, diese Map R. Ach, Pete Pudding. Wer ist das? Egal. Komm mit. Meine Playstation ist auch riesig, aber das Spiel, die Spiele, die ich habe, sind auch mit. Eigentlich deutsch ist auf Black Ops 2 und FIFA ist auf deutsch auch. Und was? Er ist bei der Playstation Store. Jetzt mal besser rausgehen, weil sonst bin ich da. Ich bin bei einer neu gefangenen Waffe. Und ich bin schon da. Das ist aber gut. Ich habe noch immer nicht gute Waffen. Sie sind schon bei Runde 4. Dafür soll ich... Soll ich... Lieber Zombies. Wir können das machen, Leute. Das ist es. Oh. Oh. Oh nein. Fick dich. Leute, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber er heißt... Das ist das Syndicate Project. Er ist einer von der besten Mutibars auf Zombies. Nein, warum? Ich habe wirklich einen gefangenen Zombie. Und ich will. Ach ja. Nein. Nein. Stopp in die Külle. Nein. Ich will auch Pute. Oh. Das geht mir schon auf die Nerven. Was macht das denn da? Nein. Ich will Pute. Nein. Wo ist das denn? Wo? Der Hangar. Wo? Das war kurz. Nein. Du killst es nicht. Wo ist der Hangar? Der Hangar? Nein. Wir sind im Gundak. Okay, wir sind im Armory. Wir sind im Armory. Dagi. Beger. Tastos Gundak. Ok. Minimal. Mal sehen, Pachinko. Pachinko. Nein, das ist aber gut. Oh scheiße. Nein, stopp meine Kids zu klauen. Kleine Bitches. Seht ihr das? Das ist aber... Nein, stopp mal mit dem Scheiße. Wie können die überhaupt da hochgehen? Ja. 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 Why'd you stick with asshat security? Just saying, you got a knack for killing shit. No one more. Then you want to go and die. Oh, no, 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 no. Where are they? I have not done anything. Ich muss noch immer in die Hanger gehen. Geh mal den Tower an. Und wieder schau ich jetzt schon mal. BITCHES! Oh nein scheiße! Gib mir eine Waffe, schnell, schnell. Nein, 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 warum mache ich das denn? Ich habe das denn scheiße gemacht. Komm, 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 komm! Einer ist in ihm! Wirklich! Wirklich! Oh! Okay, Entschuldigung. Nein, ich f*** dich nicht. Die Leute, die sind gestorben, also dann. Sie sind fertig, weil sie nur scheiße sind. Aber das erste hat 121 Kill von Zombies. Das ist ja gut. Dann, Leute, liked und abonnieren. Bis nächstes Mal.